Diese Folge Rundfunk 17 wird weird. Wir reden über Margarine. Wir reden über den Tod. Ich erzähle ein bisschen was von den Sommerhaus-Podcast-Aufzeichnungen. Und wir klären auf über die sogenannte Merkel-Diktatur. Das ist so crazy. Das gibt es am wenigsten zusammenpassende Themen, die es jemals gab. Dafür liebt ihr Rundfunk 17. Oder aber in einer Stunde hasst ihr uns. Viel Spaß. Ich habe mir am Wochenende endlich mal einen Ruck gegeben und habe mal etwas Neues ausprobiert, lieber an Redo. Ich habe nämlich etwas, ein neues Produkt gekauft und ich glaube, das hat mein ganzes Leben revolutioniert. Wir sind ja hier im Podcast, hier bei Rundfunk 17 in der tollen Gemeinde hier. Hallo an Annika aus dem Hai. Wir sind ja sehr große Fans von, ich sag mal, fetthaltigen Produkten. Wir sind ja einfach auch selbst fetthaltige Produkte als Menschen. Es fängt jetzt gerade schon an wie so eine Podcast-Werbung gerade, oder? Und deswegen empfehlen wir euch die neue Matratze von... Worauf willst du hinaus gerade? Es wird vielleicht werblich jetzt an dieser Stelle, aber ich möchte euch einfach mal eine Empfehlung fürs Leben geben. Ihr wisst ja ganz, ganz genau, wir sind ja alle 21,3-Jährige. Mittlerweile bin ich ja 25. Ich habe ja die Hälfte meines Lebens geschafft. Oh, meinst du? Ja, irgendwie. Oder? Bei 50 geht es doch bergab, oder nicht? Oder habe ich auch ganz ganz viel zu erzählen gleich? Eieieiei. Aber ich glaube, mit 50 geht es bergab. Aber ich war jetzt letztens im Supermarkt, im Rewe Center, da waren wir schon gemeinsam, lieber an Redo. Und wir beide zusammen zum Livestream, als du hier in Darmstadt warst. Und dort, pass auf, hat mich etwas angelächelt im Kühlregal. Nämlich einfach fucking flüssige Margarine aus der Tube. Und ich glaube, das hat mein Leben revolutioniert. Ich sag es dir. Flüssige ist das diese, die man eigentlich zum Backen und so nimmt, die in dieser kleinen Flasche, die... Ja, ja, genau. Aber was machst du damit? Schmierst du dir das aufs Brot, oder was? Boah, ich schmier mir das überall hin. Ich sag es dir. Mein ganzer Körper. Überall. Nein, es ist so geil. Du hast einfach... Stell dir einfach... Och, Leute. Jeder kennt das Problem. Man ist so in der Küche, es wird gerade heiß. Nicht nur man selbst, sondern auch die Pfannen. Und dann legt man so... Will man eigentlich was da reinlegen, aber man hat vielleicht kein Öl da. Oder Öl ist ja meist so... Öl ist ja nicht so geil schmierig, was so Butter oder Margarine hat. Das schmiert und dann denkst du, oh, das wird jetzt vollmundiger. Das ist ja bei Öl nicht so. Öl schützt du rein und dann sagst... Oder Olivenöl aus sowas, ne? Das ist auch so ein Quatschprodukt. Du nimmst Olivenöl, du denkst dir so, oh, das wird jetzt richtig geil italienisch, was ich hier mache. Aber am Ende schmeckt das immer noch gleich. Ja, Olivenöl, da muss man doch aufpassen, hab ich gelernt, weil bei Olivenöl... Jetzt kann ich das wieder nicht richtig wiedergeben. Kennst du das, wenn man irgendwas gehört hat und genau weiß, was gemeint ist? Und das aber niemals richtig sagen könnte, weil man eigentlich doch nicht genau weiß, was gemeint ist. Bei Olivenöl, das darf man nicht zu heiß anbrennen, weil das einen sehr, wie nennt man das, niedrigen Whatever-Punkt hat. Und das wird dann, wenn du das zu heiß in der Pfanne zum Beispiel braten tust, könnte das bitter werden. Das heißt, wenn man irgendwas sehr, sehr heiß macht, eher dann nicht kein Olivenöl, sondern Sonnenblumen oder Rapsöl oder was auch immer nehmen. Aber Olivenöl könnte dann bitter werden und ungenießbar und whatever dann dazu führen, dass deine Organe um zehn Jahre altern oder irgendwas. Also das ist für eine heiße Pfanne nicht empfohlen. Was ist denn mit Kuckucksöl? Ich bin ja ein Kuckucksöl-Fan. Das ist immer eine sehr gute Sache. Wir sind doch nicht in Malibu. Ach, du machst einfach alles falsch. Es geht ja um Bequemlichkeit. Es geht ja um Bequemlichkeit. Es geht darum, die Tube zu nehmen. Zack, dann fletschst du einmal da rein. Und dann ist die ganze Pfanne voll mit Margarine, mit flüssiger Margarine von dieser, wie heißt das, Rama-Creme-Fri-Creme-Creme-Creme-Fin, ja. Das können die Leute ja nicht aussprechen. Eigentlich ist ja Creme-Fine wäre es ja eigentlich. Meinst du? Oder Creme-Finé? Nee, Creme-Fin spricht man das aus, glaube ich. Dürfen wir das überhaupt sagen? Werbung bei Markennennung? Nicht, dass wir jetzt hier wie so ein Influencer abgemahnt werden. Und vielen Dank für die Kooperation an dieser Stelle an Rama. Ihr habt doch, erinnert ihr euch noch an die letzte Rezension, die wir, ich glaube, letzte Woche vorgelesen haben, wo jemand meinte, die kriegen keine Werbekunden. Take this, Rama-Creme-Fin. Das ist unser Produkt. Jetzt mit dem Gutschen-Code. Rundfunk 17. 17% Rabatt, wenn ihr bei Penny über die Selbstbedienungskasse den Scheiß zieht. Nee, keine Ahnung. Okay, aber jetzt hast du das gekauft und das ist für dich, das hast du jetzt für dich entdeckt. Also es ist vegan, nehme ich mal an. Das ist ja Margarine. Ja, es ist vegan. Es gibt aber ja einen Punkt, jetzt sind wir wirklich, jetzt haben wir hier Rundfunk 17 Talk über Margarine. Das ist ja ein Traum. Man muss aber, glaube ich, wenn man ein korrekter, linksgrünversüffter Ökomensch ist und auch gegen die Abholzung des Regenwaldes ist, darauf achten, dass da kein sogenanntes Palmöl drin ist. Wie zum Beispiel in einer Nuss-Nougat-Creme, die weltbekannt ist. Die besteht ja fast nur aus diesem Palmfett, Palmöl. Boah, da gab es ja auf Twitter überall diese Bilder. Das ist in Wirklichkeit in der Nutella drin. Und dann wird dieses Glas so aufgeschlüsselt. Surprise, da ist fast nur Zucker drin, Leute. Ich dachte, da ist einfach so eine Kakaobohne, einfach nur ganz viele irgendwie ein bisschen reingedrückt und gestampft und ein bisschen was, damit es fettig wird. Ist das nicht eine Nuss-Nougat-Creme? Ist da nicht eher Nuss drin? Da ist total viel, total viel Nuss ist da drin, ja. Nein, aber tatsächlich so Nutella ist schon noch so eine kleine Sünde. Ich glaube, ich habe aktuell gerade kein Nutella-Glas. Ich esse das auch so gut wie nie. Ich frühstücke ja auch nicht mehr. Und das Weglassen des Frühstücks hat bei mir dazu geführt, dass es bei mir gar keinen Anlass gibt, Nutella zu essen. Also ich habe früher, auch während der Pubertät, ganz oft, also meine Eltern haben mir das eigentlich verboten, Nutella abends zu essen. Ich weiß nicht, ob das auch so eine Verbreitung in der Erziehung irgendwie gefunden hat, deutschlandweit. Aber eigentlich finde ich es ganz, ganz nett, den Gedanken, weil die immer dann gesagt haben, ja, aber das ist doch nicht abends. Und das war dann eigentlich nur erlaubt so zum, ja, zum Frühstück, aber eigentlich auch nicht gern gesehen und so. Und dann gab es auch irgendwann die sogenannte Nusspli-Entwicklung im Hause an Redo, dass man sich dafür entschieden hat, dass andere Sorten doch viel besser schmecken würden. Das sehe ich nicht so ganz, aber also zumindest nicht diese eklige Aldi-Kacke da. Das schmeckt für mich überhaupt nicht. Außerdem ist da genau der gleiche Zucker drin. Gibt ja einige, gibt auch einige Vegan-Alternatives, ne, so DM und Rossmann und so haben so einige mit so Zartbitter und Dark, Tralala und so. Die sind auch ganz okay. Es ist halt ein komplett anderes Produkt für mich. Und wie gesagt, ich komme nicht wirklich dazu, Nutella zu essen. Und ich glaube, ich habe es auch früher im Podcast mal erzählt, dass dieses eine Nutella-Glas mit mir dreimal umgezogen ist, weil das ja ewig haltbar ist. Ohne Scheiße, wenn das angebrochen ist, da ist, das ist ja, da kann ja nichts gammeln. Da ist ja nur Palmfett und Zucker. Das ist immer so, also je länger das Ding auf ist, desto mehr steht da so eine kleine Pfütze drin, falls ihr das kennt. Oh ja, geil. Die sogenannte Nutella-Pfütze, die hin und wieder auch bei mir in der Unterhose manchmal ist, wenn es schlecht läuft. Und die schüttet man einfach ab und dann isst man es einfach. Und dann habe ich, glaube ich, zwei Jahre an einem, und das war nicht mal ein großes. Es gab ja auch früher, oh, in meiner Kindheit, als wir immer im Urlaub waren, diese 10-Kilo-Gläser, das war kein Eimer. Es gibt ja auch diese Eimer, die immer bei der sogenannten Kirmes, bei den Crepe-Ständen sind. Da sind die Nutella-Eimer, die richtig perversen, aber es gab dieses riesen Glas. Kannst du mir eine Sache verraten? Kannst du mir eine Sache verraten? Wie kann das sein? Guck mal, also, was ich bis heute nicht verstanden habe. Guck mal, Crepe-machende Menschen. M, W, D. M, W, D. Diese Menschen. Crepe-machende. Crepe-machende in Klammern M, W, D. Also die Crepe-machende in Klammern M, W, D. Die sind ja, also ich finde, das sind ja Künstler. Das muss man ja immer wieder sagen. Absolut. Also, wie da diese weirden Platten da vor sich liegen, wie so DJs und dann drehen die am Crepe. Wie die das drehen, wirklich wie ein feiner Disc-Jockey. Ja, genau. Aber was ich so kurios finde, ist, die haben dann diesen Eimer Nutella da vorne stehen und den sieht man ja auch immer sehr prominent platziert, damit alle wissen, oh, das ist die richtige Nutella, die ich hier auf mein Stück Pfannkuchen bekomme. Ey, die klemmen zwischen diese Scheiben da vorne, da wird eigentlich die halbe Produktpalette von Ferrero geklemmt, ne? Ja. So ein Kinder-Bueno und ein Kinderriegel und eine Joghurette, gehört die überhaupt dazu? Keine Ahnung. Aber die klemmen da so einzelne Produkte dazwischen. Ich bin der Meinung, Nutella ist immer real, ganz oft wird aber hin und wieder auch mit sogenannten Alternativen für Deutschland gearbeitet. Ja, so Kinder-Bueno, das kommt meist rein. Aber man schmeckt das. Aber was ich so... Man schmeckt das. Also ich schmecke das, weil Ferrero hat da einen sogenannten eigenen Geschmack und der besteht bei fast allen Produkten, glaube ich, auch aus Milch und so. Und ich meine auch so ein Kinder-Country, nicht Kinder-Country, wie heißt das andere, Kinder-Maxi-King und so weiter. Das tue ich rausschmecken. Und wenn es da einen Betrug an der Creperie, an den Creppenden in Klammern MWD gibt, dann sage ich natürlich gar nichts, weil die alle gefährlich aussehen. Aber was ich immer noch so kurios finde, ist, da ist dieses Glas und die nehmen so einen Löffel, nee, ich glaube, die nehmen nicht mal so einen Löffel. Doch, ich kenne das, dass die so einen normalen, so einen großen Esslöffel nehmen, wo so recht wenig drauf ist und dann machen die so... und dann ist so eine ganz dünne Linie nur und am Ende ist da richtig, richtig viel drauf. Wie kann das denn sein? Naja, ich denke mal, es gibt eine sogenannte Ausbildung an der TU in Darmstadt, wo man Körperpflege, da kann man auch creppender werden wahrscheinlich und dann lernt man, wie auch das richtige Verhältnis ist. Weil das ist schon, das sieht immer so leicht aus. Ich habe auch eine Creppemaschine. Daraufhin habe ich mir eine gekauft, weil auf unserer Dorfkirmes gab es auch immer einen Creppstand. Also nicht immer, aber irgendwann, als die revolutioniert wurde, als die sogenannte Dorfkirmes richtig cool wurde, gab es so einen kleinen Creppstand. Und dann war ich vielleicht 10, 11, 12 und habe eigentlich zum ersten Mal mir das so richtig auch nah angeguckt und gedacht, hä, wie geil. Und dann habe ich gesagt, hä, wir brauchen einen sogenannten Creppmaker von der Firma Severin, um auch nochmal eine weitere Firma zu nennen, wo ihr auch über einen Gutscheincode vielleicht einen Rabatt bekommt, aber ich glaube eher nicht. Und dann habe ich dieses Ding gehabt und ich sage dir, das war ein Drama. Creppmaker, also so einen Creppmaker zu besitzen, ist eigentlich der größte Fehler, den es nur gibt, weil der steht meistens einfach nur rum, den benutzt man nie und wenn man ihn benutzt, macht man natürlich viel zu viel, weil du musst ja vorher den ganzen Teig mischen und alles und dann, die ersten sind viel zu dick, dann sind die zu dünn, irgendwann wird man, denkt man, dass man kreativ wird und haut da eine Scheiße drauf, weil die kann man ja auch herzhaft machen und so. Die Küche sieht aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Kauft euch so einen Scheiß nicht, geht einfach zur Kirmes, kauft euch für 3,50 so ein Nutella-Ding, drückt es euch im 16 zu 9 Format in den Mund, dann ist auch gut. Man soll da auch nicht zu viel, es ist ja auch wieder nur Zucker und Eier und Mehl und Scheiße, was da drin ist in dem Teig. Es fuckt mich aber ab, die ganze Geschichte, weil immer noch dieses Mysterium für mich ungeglöst ist, dass dort eine Nutella steht und die nehmen diese Nutella mit einem Löffel oder mit diesem Bienenstock, wisst ihr, was ich meine, dieser Stock, der immer in so Honig abgebildet wird. Das ist ein Holzlöffel einfach, oder? Nein, dieses, dieser lange Stengel. Ah, der ist doch auch auf der Nutella-Verpackung drauf, wie so ein Zahnstocher, wie so ein Pommes-Pieker, der dann einfach so drin ist. Genau, aber ein Dick, aber ein Dick. So, und dieses Ding, das packen die da rein und dann lassen die das da einfach rüberträufeln. Aber Nutella, habt ihr schon mal echte Nutella gesehen? Die ist fucking dickflüssig. Ich hab doch die Antwort, richtig dick, wie ein Stein. Kreppzeichen XY ungelöst, ich habe die Antwort, Basti. Ach nee, das Ding steht immer sehr, sehr nah neben den Heizplatten. Ja, und deshalb werden die fünf Liter ganz flüssig, weil die einfach nur daneben stehen oder was, das kann ich mir nicht vorstellen, da muss ein Geheimnis hinter sein. Ich glaube nicht, ich glaube, es ist ja auch immer so heiß in diesen Hütten, ne, die werden ja auch, die Dickreppenden, in Klammern MWD, werden ja auch dazu erzogen, dass die nicht schwitzen, weil, äh, das ist auch, wenn man, wenn man irgendwie in eine Pizzeria oder sonst wo geht und Leute an so einem Steinhofen und so arbeiten, das ist ja, im Sommer ist das eh die Hölle, aber selbst im Winter sind da drin, weil das ja alles so offen ist, da sind ja Temperaturen und ich denke immer, Leute, wie könnt ihr ernsthaft hier arbeiten? Ich als Gast, als Kunde, stehe hier zwei Minuten und mir läuft die Suppe runter, das ist alles derbe, unangenehm und ihr steht dann da stundenlang und jetzt mit der Maske auch noch, ist ja untragbar. Das ist, ich finde das super falsch, also ich finde, ich finde sowieso, so Holzöfen, da muss ich gerade sofort an, an meine alte Hood denken, Asbach, das ist der Name. Asbach-Uralt kenne ich, das ist ja Asbach-Uralt, diese Geschichte jetzt. Da gibt es, da gibt es, da war ich ein paar Mal, da gab es ein Lokal, das hieß Works. Das ist direkt da, wo auch die Asbacher Kirmes ist. Wir müssen über Kirmessen reden irgendwann wieder. Wir reden noch alle zwei Folgen über Kirmessen, weil das eigentlich das Einzige war, was wir in der Kindheit erleben durften. Ey, das ist wirklich, und da muss ich sofort dran denken und das war der unangenehmste Laden aller Zeiten, weil direkt daneben war die sogenannte Bushalte, die war halt voller Spucke sehen und niemand wollte auf diese Spucke sehen. Ja, ist wirklich so. Und niemand wollte auf diese Spucke sehen gehen und da so diesen Spießrutenlauf zwischen den einzelnen Seegruppen. Außer im Winter, da ist man teilweise Schlittschuh drauf gelaufen. Genau, richtig. Und dann ist man in den sogenannten Works gegangen und dort gab es eine Holzofenpizza und man denkt ja eigentlich, Holzofen gleich gut, aber ich sag's euch ganz offen, von mir gar keine Empfehlung, Asbach Works, wenn ihr jemals in eine kleine Provinz, Kleinstadt in Rheinland-Pfalz gehen wollt, an der Grenze zu NRW, dann geht bloß nicht zu Works in Asbach. Eieieiei, Freunde. Was hat dir da nicht geschmeckt? Ey, alles. Das war einfach krank ekelhaft, der Scheiß. Weißt du, der schiebt das da rein mit seinem Holzofending, da so ein großer, du kennst doch diese riesigen Gabeln ohne die Löcher da vorne, sag ich mal. Diese Papp, ja, das ist doch so eine, stell dir eine Gabel vor und stell dir vor, wie diese einzelnen Rillen zu sind, da vorne beim Gabelding. Rillen? Und dann hast du ja so eine. Achso, das ist dann eher wie so eine Schippe einfach. Genau, so eine gerade Schippe. Ja, eine Schippe. Ich bin's, der eloquente Mann. So eine Gabel, wo die einzelnen Rillen so zu sind. Oh Gott. Auf jeden Fall packen wir das doch immer da rein und dann denkt man so, oh, das wird lecker. Oh ja. Nee. Nee. Freunde, ich find sowieso Holzofen völlig, völlig overrated. Völlig overrated. Das ist kein Produkt, das ich mir gerne reinschiebe. Ich möchte eine asoziale Pizza, da muss Soß Hollandaise drauf, da muss Brokkoli drauf und da muss Mais drauf und da bin ich glücklich. Oh, what the fuck. Soß Hollandaise ist doch auch, da hast du dich doch auch wieder enttarnt. Die ist doch in der Grundausführung nicht vegan. Oh mein Lieber, eine Grundausführung. Von Tomi gibt es zur Spargelsaison immer vegane Hollandaise. Kann man noch ein paar mehr Marken vielleicht nennen? Ich hab von Vegans, hab ich jetzt auch eine neue Hollandaise. Ich bin ja großer Hollandaise-Fan. Also wenn es eine Soße gibt, dann ist es die Hollandaise. Aber, pass mal auf, lieber Anredo, wir haben uns jetzt verrannt. Ich weiß, wir haben ein super spannendes Thema aufgemacht mit der Margarine. Das ist ein Thema mit Headline-Potenzial. Rundfunk 17, Folge 132, Margarine. Aber schön, dass ihr jetzt hier noch so lang dran seid. Also nach so einem Start. Aber man kann nur sagen, es wird, wir haben doch so viel erlebt, Leute. Ihr wisst doch, unser Leben wird von Tag zu Tag spannender. Es ist so viel los, wir erleben viel, wir können viel erzählen. Wir haben ja auch noch gar nicht in diesem Podcast über unsere verkorkste Vergangenheit geredet. Insofern, es gibt eine Menge, über das zu berichten ist. Aber Basti, ich glaube, dir ist wirklich in den letzten Tagen wieder einiges passiert, oder? Ey, ja, ich hab wirklich diese Zeit als Vollzeitangestellte Person habe ich wirklich sehr gut genutzt und hab über das Leben nachgedacht als solches. Und das Resultat ist, ich bin sehr unzufrieden. Aber mal abgesehen davon, dass ich sehr, sehr unzufrieden bin mit allem, sind mir so Dinge aufgefallen. Und ich habe das Gefühl, ich habe endlich entschlüsselt, woher es kommt, dass Leute Serien schauen. So echte Serien. So dieses Breaking Bad, Black Mirror, Game of Thrones. Das sind alles die coolen Serien 2020. Walking Dead. Ich weiß doch nicht, Mann. Ey, kein Plan. Ich habe das ja nie angeschaut. Nie. Du bist ja auch kein Seriengucker. Ich habe Breaking Bad gesehen. Das war bei mir so das Maximum, was passiert ist. Und mittlerweile weiß ich, warum. Jetzt bin ich gespannt. Und ich sage dir, warum. Weil mein Leben zu interessant war. Ich hatte einfach ein zu interessantes Leben die ganze Zeit lang. Und jetzt, passt auf. Ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt. Der Serienboom kommt nur durch eine Sache. Menschen arbeiten den ganzen Tag und sind dann zu fertig am Abend, um irgendetwas zu tun. Jegliche Art von Freizeitaktivität ist zu anstrengend. Und deshalb nimmt man etwas, was einen gut berieselt, aber auch nicht zu anspruchsvoll ist, weil die Erzählweise super langweilig ist. Und das grindet man sich rein. Und da braucht man aber auch möglichst, weil man muss ja auch, Vollzeitjob ist ja alles planbar. Und man muss immer so zwei Wochen vorausdenken und sowas. Und da ist es so, dass du so eine Serie auch einfach zwei Wochen im Voraus halt anschauen kannst. Und am Ende des Resultats liegst du dich ins Bett, machst die Serie an und jeder Abend ist gleich. Und deshalb machst du das, weil dein Leben so uninteressant und langweilig ist. Finde ich eine interessante These. Und ich würde ja jetzt auch sagen, ich bin jetzt passionierter Serienschauer. Seit ich wirklich mein Vollzeit angefangen habe. Da muss man, glaube ich, dann direkt auch ein Netflix-Abo abschließen, wenn du den Arbeitsvertrag unterschreibst. Ich habe da angefangen und habe jetzt, jetzt haltet euch fest, ich habe drei Serien durchgeschaut. Drei Stück. Welche denn? Jetzt bin ich gespannt. Ich habe mir angeschaut, Black Mirror, das ist so langweilig und scheiße. Ich habe trotzdem alle Staffeln geguckt, weil ich ein Idiot bin. Und das ist so overrated und beschissen, diese Scheiß-Serie. Ich habe mich, jede Folge habe ich mich aufs Neue aufgeregt. Das hat mich so genervt. Melus saß neben mir und guckt sich das so halb gelangweilt an. Guckt auf ihrem Handy, grindet wieder auf Instagram. Macht da wieder irgendwelche witzigen, coolen, viel zu schönen Fotos so. Könnte ich kotzen. Und dann guckt die das so halb und ich wirklich die ganze Zeit jähzornig mit so einer Ader an der Stirn. Ich habe mich wirklich voll aufgeregt. Was ist das denn für ein Establishing-Shot? Das ist ja einfach nur peinlich. Oh mein Gott, diese Prämisse. Oh, das Gehirn wird in den Cloud hochgeladen oder sowas. Oh, das ist aber innovativ, ihr Versager. Wer hat das denn? Wer hat denn das scheiß Drehbuch geschrieben, ihr Opfer? Und so die ganze Zeit drüber aufregend. Ganz kurz, das sagt der Mann, der das heutige audiovisuelle Meisterwerk hier mit Margarine begonnen hat. Der kritisiert gerade eine Dramaturgie einer wirklich Erfolgsserie. Entschuldigung, jetzt wird es peinlich. Aber ich bin ja nun mal auch ein sogenannter gelernter Medienwissenschaftler. Insofern möchte ich ganz kurz zwei Sachen sagen dazu, dass du, du hast ja eben gesagt, du kannst dir erklären, warum es diesen Serienboom gab. Ich glaube, es gibt zumindest nochmal zwei Faktoren, die da eine Rolle spielen. Zum einen ist es ja, glaube ich, wirklich die Tatsache, dass das sogenannte Streaming oder wie Jan Hofer sagt, Streaming etabliert wurde. Denn in dem ganzen Linearen, wie es früher war, Fernsehen und Einschalten und selbst Pay-TV hatte ja früher, du konntest ja nicht einfach sagen, ich starte jetzt das und das, sondern das lief ja dann einfach irgendwann und dann gab es natürlich von den Sendern und so meistens Programmierung, wie man sie kennt, dann läuft einmal die Woche eine Folge oder so. Das passt natürlich nicht zu, ich sag mal, zu komplexeren Serien sowieso nicht, wenn die irgendwie sehr horizontal erzählt sind, dass man dazwischen dann eine Woche vergehen lassen sollte. Und dieses ganze Binge-Thema, das ist ja, das ist ja viel mehr so dieses Netflix and Chill. Das funktioniert natürlich auch nur, wenn man sehr, sehr viel hintereinander gucken kann. Und der Unterschied von Serien zum Film, endlich hat es sich gelohnt. Ich sag voll die klugen Sachen, auf die sonst niemand kommen würde. Dafür haben sich die drei Jahre Studium gelohnt. Nein, aber der Unterschied bei einer Serie ist ja auch, man will ja vielleicht auch, also dieses kleine Etappen, man kann theoretisch aufhören, aber man hat so eine riesige Masse vor sich. Wenn man einen Film guckt, dann ist der meistens nach zwei Stunden spätestens vorbei. Und vielleicht gibt es nochmal einen zweiten Teil oder so, den man dann gucken kann, aber an sich ist das dann abgeschlossen. Und viele spüren ja auch so eine sehr große Leere, wenn sie eine Serie oder eine Staffel, die gerade die letzte war, irgendwie gesehen haben und viele offene Fragen haben und so. Ich habe am Freitag, eigentlich habe ich überlegt, ob ich mal wieder ins Kino will, habe aber dann gedacht, ah, ich bin immun. Ich denke, bei jeder zweiten Sache im Real Life denke ich, ach, ich bin ja immun. Aber im Kino läuft ja leider aktuell nichts. Boah, ich würde einfach wirklich den Lebemann raushängen lassen jetzt. Ich würde einfach feiern gehen, ich würde mir ordentlich mit anderen Leuten die Drinks teilen und die ganze Zeit ins Kino gehen, einfach mal reinhusten in die Mitte. Oder wenn jemand hustet, dann sagst du einfach, interessiert mich nicht. I don't care. Ich bin immun. Die einzige Sache, die bei mir wirklich eine Rolle spielt, ist die sogenannte Quarantäneangst beziehungsweise, ja, ich versuche schon. Die QA-Non. Man kennt sie, die sogenannte QA. Nein, ich versuche schon zu vermeiden, in wechselnden größeren Gruppen zu sein. Oder eben auch, habe ich, glaube ich, auch erzählt, dass ich auch am Freitag, genau, eigentlich wollte ich am Freitag ins Kino. Eigentlich vorm Kino war ich ja eingeladen bei einem Freund, der zu Hause ein bisschen was gemacht hat, aber dann kamen irgendwie zwölf Leute, habe ich gesagt, nee, da habe ich keinen Bock, wegen Quarantäne und Kontakte und so weiter. Da muss ja nur einer dabei sein, der irgendwie irgendwas macht und dann klingelt das Gesundheitsamt wieder so. Und dann habe ich aber gedacht, ach, Kino habe ich eigentlich auch keinen Bock und es tut ja auch nichts laufen. Also habe ich mich vor die sogenannte Netflix-Maschine gesetzt und habe gedacht, jetzt, ich bin ja ein sogenannter Medienwissenschaftler, insofern wäre es doch mal wieder Zeit, einen Arthouse-Streifen zu gucken. Ihr dummen Leute, falls ihr das nicht kennt, Arthouse, das ist was für sehr gebildete Menschen, das ist ein Genre, ein ganz besonderes, ein bisschen anspruchsvoll, ein bisschen querdenken und einfach mal, das ist nicht einfach nur beriefen lassen. Schreibt doch mal, was bedeutet das denn eigentlich, Arthouse? Ach, was weiß ich, da bin ich nicht aufgepasst. Ihr könnt, der ist bei Netflix und der heißt I'm Thinking of Ending Things, der geht aber zweieinhalb Stunden. Ist der auch auf Englisch, hast du ihn geschaut? Natürlich nicht, ich bin noch so schlecht. Oh Gott, danke. Das ist mir wirklich, also den kann man, glaube ich, problemlos auf Englisch schauen, weil der nicht so, wobei, es geht auch um sehr, sehr wissenschaftliche Thesen, sehr philosophisch teilweise und am Ende war ich einfach, da habe ich gedacht, Alter, du bist so ein Vollidiot, du hättest dir einfach hier Paulina Sing of Kack angucken sollen oder so einen Scheiß, weil ich mit so vielen Fragen hinterlassen wurde, dass ich nicht schlafen konnte, also nicht, weil es creepy war, sondern, naja, der Film spielt natürlich dann damit und dann habe ich gedacht, ey, guck dir einfach auch Serien an, da kannst du jederzeit aussteigen, da kommen immer wieder, weil das ist ja der Vorteil bei einer Serie oder bei den meisten Serien, du steigst bei einer Serie ja auch nur einmal aus, wenn du die allerletzte Folge gesehen hast, hast es aber selber in der Hand, nach der Staffel aufzuhören oder nach einer Folge, weil es gerade nichts ist, weil du keine Zeit hast, weil es doof ist, kannst es aber sehr, sehr oft weiterführen und deswegen, ja, also mich hat dieser Serienboom auch nur in Teilen erreicht, weil ich aber auch einfach mir oft einfach so Trash-Sachen angucke. Ich habe jetzt den Serienboom auch am Wochenende gemacht, habe Love Island nachgeguckt von der kompletten Woche, das ist ungefähr so mein Serienboom. Das kann ich voll nicht nachvollziehen, kann ich voll nicht nachvollziehen, also dass du nie so die Serien geguckt hast, also ich verstehe das nicht, weil du arbeitest ja schon seit Äonen Vollzeit und eigentlich müsste genau das der Moment sein. Ach, du denkst, das hat mit der sogenannten Vollzeit zu tun? Ja, natürlich, sobald du keine Zeit mehr fürs richtige Leben hast, dann fängst du an, dich in Serien zu flischen. Naja, aber dann wäre ja die Korongo-Zeit jetzt eigentlich das prädestinierte Beispiel, weil wir ja alle noch weniger unternehmen können, selbst die, die wollen. Aber ich glaube, du kannst auch nicht konvertieren von einem Mensch, der will, also weißt du, wenn du jetzt so ein Party-Mensch bist, der jeden Tag feiern geht und jeden Tag in eine Bar und sich mit seinen Lloydies trifft, meinst du, die können so einfach konvertieren und sagen, oh, Korongo, naja, dann werde ich jetzt zum Serienmenschen. Ich glaube, das geht nicht. Das ist wie bei Sims, da muss man eine Charaktereigenschaft zuweisen am Anfang und das kann man nicht wieder rückgängig machen. Sag mal deine drei Charaktereigenschaften, die du hast, die du bei Sims eingestellt hast und dein Lebensziel, bitte. Boah, ich, ähm, was gibt's denn da zur Auswahl? Sportlich, kreativ, hinterhältig, arrogant, kreativ, sportlich, Genie, Einzelgänger. Ja, Genie, hinterhältig und arrogant. Okay. Das ist, glaube ich. Und was ist dein Lebensziel? Bäckerei aufmachen? Kreppender in Klammern MWD werden auf dem Rummel. Das ist mein Lebensziel. Die Krepperie-Laufbahn. Geld. Oder ganz, ganz viel Charisma haben. Ja, entweder arbeitslos oder Megastar. Mit dir selbst reden. Schön. Oh Gott. Oh Gott, Basti. Okay. Das ist, das ist, ist dir wirklich im Leben nichts passiert, dass wir erst über Krepp reden und über Ramakrepp? Ramakreppchen. Mir ist eigentlich, mir ist eigentlich richtig viel passiert. Meine halbe Familie stirbt gerade. Was, was, was? Ja, letzte Woche Dienstag war doch meine Oma-Beerdigung. Oh, das war richtig traurig. Die Oma war mir beerdigend. Ja, vielleicht, ich weiß ja nicht, wenn du davon mal erzählen möchtest, so von, also auch wie eine Beerdigung zu Korongo-Zeiten, dann wirklich mit Maske? Sieht das dann aus? Nee, die sind doch alle Maskenleugner. Maskenleugner, die Maske gibt es nicht. Ach, das war völlig lost. Ich muss eh sagen, die letzten zwei Wochen war so weird. Guck mal, vorletzte Woche Beerdigung meiner Oma. Wann war das? Vorletzte Woche Dienstag, oder? Genau. Und letzte Woche, am Montag, war die Beerdigung meines Opas und jetzt dann am Mittwoch ist mein Onkel gestorben. Das kann man doch niemandem erzählen. Meine halbe Familie stirbt gerade. Das tut mir aber leid. Ach ja, kommt passiert. Moment mal, ganz kurz einmal, also Oma Bambi war die Oma aus Westdeutschland, richtig? Genau, das ist Oma Westen. Und der Opa, der gestorben ist, war der Mann von Oma Bambi oder was? Nee, nee, das war Opa Osten. Der kam aus dem Osten. Opa Osten. Also Oma Westen und Opa Osten sind jetzt binnen kürzester Zeit beide jeweils gestorben. Und mein Onkel hat einen Hirntumor gehabt. Ach du Scheiße. Hey Mann, Leute, es wird mir zu dark. Boah, dann würde ich gerne mal über eine besinnliche Beerdigung reden, die da stattfand vorletzte Woche Dienstag. Denn ich war ja dort und es war halt, ja natürlich Abstand, es war unter freiem Himmel. Wo war es denn? Auf einem normalen Friedhof? Auf einem normalen Friedhof, ja. Sehr, sehr Standard. Da musste ich extra mit dem ICE in den Westen wieder zurückfahren. Ich lebe ja aktuell im Osten. Du lebst in Darmstadt, das ist nicht der Osten. Ja, aber, ich weiß ja, wie es ist. Auf jeden Fall wieder zurück in den Westen gefahren mit dem ICE. Ich bin, oh, der dümmste Mensch aller Zeiten, ne. Das ist mir wieder wirklich eine Glanzleistung passiert, ne. Ich war ja, ich war ja recht regelmäßig rüber nach Köln und bin halt dort und hab mir immer gedacht, okay gut, ich hab da jetzt so mittlerweile nach, keine Ahnung, 30 Fahrten dahin oder so in den letzten zwei Jahren, hab ich so. Ist das Stempelheft voll. Ist das Stempelheft erstens voll, jetzt krieg ich einen Döner kostenlos und das, ich hab, ich hab langsam meine Learnings draus gezogen und ich weiß, wenn ich in Darmstadt einsteige, dann kann ich nicht von Darmstadt einfach so da rüberfahren, sondern muss erstmal nach Frankfurt und von Frankfurt aus geht's ab. So, dann hab ich mir überlegt, okay gut, da muss ich jetzt um, oh, um neun Uhr muss ich da sein spätestens, ja, den ICE nehm ich, hm, ich muss dann von Darmstadt aus zum Frankfurter Flughafen, vom Frankfurter Flughafen aus, dort dann rüber nach, ne, zurück in den Westen und dann ist eine ganz weirde Sache passiert, denn ich sitze dann im ICE, habe wirklich schon mein Morgen zwei Stunden lang gefühlt und ich habe dann, keine Ahnung, um sieben oder so, saß ich in diesem dummen ICE und dachte mir wirklich, ey, fick doch mein Leben, ich bin todesmüde, was soll das alles, gucke auf meine Bahn-App. Obwohl, stimmt gar nicht, ich gucke nicht auf meine Bahn-App, sondern ich stehe dort am sogenannten Gleis, genau so war es, ich stehe am Gleis, auf einmal kommt dieser ICE reingefahren, was steht da dran, ne, von wo der gerade kommt, von wo kommt er? Von Darmstadt. Also ich bin extra eine Scheißstunde von Darmstadt aus zum Frankfurter Flughafen gefahren, habe 8 Euro für den Bus gezahlt, 8 Euro, das sind 16 D-Mark, um dann zu erfahren, dass der ICE gerade aus Darmstadt kam und ich dachte mir wirklich so, das ist der dümmste Moment meines Lebens, da gucke ich auf meine Scheiß-Bahn-App und habe ja schon die Tickets gekauft, gucke wie die Bahn zurückfährt, die auch genau so, wie ich es eingestellt habe, von eben von Siegburg aus, wie der zurück nach Frankfurt fährt, habe ich wieder eingestellt und worüber fährt das Ding, nach Frankfurt Flughafen über Darmstadt, wieder mal, einfach so völlig mein ganzes Leben weggeschmissen, wirklich und da musste ich halt in Frankfurt wieder aussteigen und habe mich wieder hunderte Kilometer weit auf den Weg gemacht, um nach Hause zu kommen, das war die schlimmste Odyssee meines Lebens. Wie ist es denn im Zug aktuell, also ich bin jetzt seit der ganzen Korongo-Zeit noch nicht im sogenannten Fernverkehr gefahren, die sogenannte Maskenpflicht, auch wenn deine Familie leugnet, dass es Masken gibt, die existiert da noch, wie wird das gehandhabt, wie sieht es da aus und wie ist es für einen selbst dann, wenn man die so lang dann trägt? Hey, super entspannt, ich habe gar kein Problem mit dieser Maske, muss ich ja ehrlich sagen. Also ich sitze halt in der Bahn und arbeite. Aber das ist ja ganz kurze Zwischenfrage, das ist ja ein Maulkorb und es bringt ja nichts. Warum trägst du das dann? Ja, also ich bin ja Persönlichkeitsprofil unterwürfiges Hündchen. Ja, Schlafscharf auch genannt. Ja genau, Schlafscharf, das ist eins meiner drei Charaktereigenschaften bei Sims. Bei Sims, Lebensziel, Schlafscharf. Ja, danach ist Einzelgänger und guter Koch. Und das ist eigentlich für mich, ja, ich bin ja so ein unterwürfiger Typ und ich finde das einfach angenehm. Ich fühle mich dann die ganze Zeit von Angela Merkel so gegeißelt und denke mir so, oh, Angela, zeig mir deinen Maulkorb oder so. Ja, das sind Gedanken, die haben wir. Ja, wir leisten der Diktatur einfach Folge und nehmen das einfach stillschweigend hin und wollen nicht, dass die sogenannte Monarchie zurückkehrt und das Kaiserreich. Okay, aber dann bist du angekommen. Du bist dann wirklich nur für die Beerdigung dahin gefahren. Also du hast das jetzt nicht mit irgendeinem weiteren Besuch, Übernachtung, was auch immer. Du musstest dir frei nehmen oder war es am Wochenende? Nee, du musstest dir frei nehmen, oder? Oder hast du frei bekommen? Ja, ich musste mir frei nehmen. Kriegt man dafür frei? Ja, genau. Ja, ich musste Urlaub nehmen. Ah, okay. Ich musste Urlaub nehmen. Und dann richtig früh los, weil Beerdigung. Warum sind Beerdigungen eigentlich immer morgens? Warum sind die immer zu so unchristlichen Zeiten? Boah, kein Plan. Wieso kann man nicht einfach sagen ... Können die das nicht samstags machen? Ja, du kannst ja nicht alle samstags machen. Da ist ja im Dorf die Hölle los. Du kannst doch einfach nacheinander einfach alles durchpeitschen. Was soll denn der Quatsch? Naja, es finden auch teilweise Beerdigungen. Also ich kenne jetzt ja zum Glück auch nicht so das Beerdigungsgame. Aber ich weiß, dass auch im Dorfe zum Beispiel auch an einem Tag zwei Beerdigungen sein könnten. Und bei uns im Dorfe ist die aber meistens, weil die alle ausschlafen wollen, bis der Hahn Kikeriki macht und so, da sind die ganz oft um 14 Uhr. Ich kenne es aber auch, dass die einfach um 9 Uhr oder so schon sind, ne? Vielleicht hat das auch was mit Sommer und Winter zu tun, mit der sogenannten Jahresuhr von Rolf Zykowski, dass ja im Sommer bei heißen ... Oh, ist sie gebildet. Ist ja nicht, ja, mega gebildet, Kinderlieder, dass ja im Sommer zur Mittagszeit sehr, sehr heiße Temperaturen erreicht werden. Und dass das mit so einem verstorbenen Körper, der ja da auch meistens noch mit im Spiel ist, vielleicht nicht das Beste ist, wenn da jetzt die 36 Grad erreicht werden. Okay, aber dann war die sehr früh, du musstest früh losfahren und dann hast du deine Familie ja auch wieder dann getroffen. Auch zu so einem komischen ... Boah, das stelle ich mir jetzt auch Kacke vor. Du hast die ja ... Doch, du hast die aber ja mehr jetzt gesehen in letzter Zeit als ich, oder auch nicht? Ich hab die, ich hab die das letzte Mal zu meinem Gabi, zu meinem Gebi gesehen. Ah, okay. Sebi hatte ja Gebi und ... Da hast du mich so sehr selbst. Oh Gott. Ich hab die auf jeden Fall gesehen und kam dann an, mein Bruder und seine Verlobte haben mich abgeholt vom sogenannten Bahnhof. Das bin ich dir bis heute dankbar. Sehr, sehr vielen Dank. Mit dem LKW oder so? Ja, mit dem LKW. Das ist ja die Innenstadt von Siegburg gefahren. Mit dem LKW. Der Bruder ist LKW-Fahrer, oder? Ja. Ja. Das ist cool, finde ich. Ich finde das geil. Das ist einfach freiheitlich, einfach auf dem Box sitzen. Geile Geschichte. Und da bin ich halt zu Hause angekommen und hab zum ersten Mal meine Patentante seit, boah, 15 Jahren oder so gesehen. What the fuck. Das ist aber auch Patentante Osten, oder warum so lange nicht gesehen? Nee, Patentante Luxemburg wusste ich auch nichts von. Und die ist reich. Echt? Ja, Mann. Geil. Gibt die euch nicht ein bisschen Geld ab? Die soll mir immer Geld abgeben, mir doch egal, was die macht. Aber, hab sie dann getroffen, war sehr, sehr nett. Ist das jetzt auch eine Person, die endlich in deiner Familie auch deinen neuen Style würdigt? Weil ja niemand deinen Kleidungsstil zuordnen kann und so. Und ist die Tante Luxemburg jetzt... Nö, meine Mutter findet meinen Kleidungsstil richtig schön. Ist das wirklich, wie man sich das vorstellt, so... Ich dachte immer so, dieses Bild der reichen Tante existiert nur in so amerikanischen Filmen, wenn man irgendwie so in New York wohnt oder so. Und dann hat die so teure Ohrringe und hat einem früher auch immer schon so teure Sachen geschenkt. Aber wertschätzt sie denn jetzt, was du trägst, sagt die dann so, oh, das sind aber ja die neuen Schuhe von Tralala, schön, hallo und so. Nein, nein, so krass nicht, hab ich aber gehofft. Okay. Nee, aber wirklich absolutes Klischee einer reichen Frau. Oh, ich möchte auch mal eine reiche Tante werden. Also Onkel oder irgendwas. Die war auf jeden Fall sehr, sehr lieb, hatte eine richtig krasse Raucherstimme. Da dachte ich, geil, cool, kann ich voll zu relaten. Finde ich cool. Und dann sind wir halt losgetigert zur sogenannten Beerdigung und haben dann langsam den ganzen erweiterten Familienkreis geführt. Wie viele Leute waren denn da? War das recht groß? Auch mit Freunden? Das waren 25 Leute. Das waren für mich wirklich absolutes Maximum, dass ich da überhaupt hingegangen bin. Weil ja, besonders zu der, vorletzte Woche war ja wirklich noch so ein bisschen, alles so ein bisschen krasser, sag ich mal, auch in Hessen. Die Zahlen sind ja jetzt runtergegangen, aber Hessen war halt schon Risikogebiet. Ordentlich, ne? Alles, was so um Frankfurt, Offenbach, Wiesbaden passiert ist, war halt ordentlich, ne? Und Frankfurt direkt nördlich von Darmstadt, da pendeln super viele Leute rum. Darmstadt sowieso irgendwo steigend, Wiesbaden kurz davor Risikogebiet zu sein und so weiter und so fort. Und da war ich mir wirklich sehr, sehr unsicher. Gut, ich bin trotzdem hingegangen. Bisher ist alles gut. Aber war das dann auch richtig in so einer Kapelle, in so einem Ding? Nee, nee, draußen. 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 Und wir sind dann, ich hab dann halt diesen ganzen erweiterten Familienkreis gesehen, mit denen ich halt zur Hälfte irgendwie seit Jahren nichts mehr zu tun hatte. Die Hälfte davon ist verstritten und so. Es war ganz, ganz unangenehm. Ich hab sehr viel geraucht. Sehr, sehr viel geraucht. Während der Beerdigung? Nee, das hab ich dann nicht gemacht, aber das war echt anstrengend. Ja, vorher. Ey, wie schlimm diese, nicht nur bei Beerdigungen, sondern immer die sogenannten Vorher-Momente. Die Vorher-Momente sind eigentlich die Verbildlichung von Smalltalk. Und damit meine ich gar nicht, oh, was man jetzt sagt und so, sondern auch dieses, man steht rum, man wartet auf etwas. Was die Vorher-Momente und die Nachher-Momente bei allen möglichen Sachen im Leben. Denkt an irgendwas, ich bestell ein Crepe oder was auch immer, irgendeine Lebenssituation. Alles, was vorher passiert und nachher. Wenn es nicht mit einer, ich sag mal, Warteschlange oder so verbunden ist. Die Warteschlange ist ja eigentlich auch nur geschaffen worden, dass man nicht so lost ist, sondern dass man weiß, ich habe gerade was zu tun, denn ich warte ja. Aber wenn man irgendwo in so einer Crowd steht und irgendwie, oh, jetzt legen wir gleich los und dann wartet man noch auf andere, die kommen und steht rum und dann weiß man nicht, wo man die Hände hin machen soll und wie man stehen soll und so. Ich meine, du hast dich dann wieder wahrscheinlich an die Zigarette geklammert, vielleicht sollte ich auch mit Rauchen anfangen, weil man genau dann wieder, dann hast du eine Beschäftigung. Weil meine Zigarette ist mein Smartphone, aber das finden alle wieder respektlos, weißt du. Wenn da jemand steht und raucht, ist das gesellschaftlich akzeptiert, wenn man aufs Handy guckt, weil man irgendwie sinnlos bei Instagram die ganze Zeit hochscrollt und hofft, dass was Neues kommt, ist ja voll wichtig für mich. Dann heißt es immer, mach dir mal das Handy weg und so, finde ich auch irgendwie nicht in Ordnung. Ja, es war auch genau so, es war auch genau so. Und wir haben dann halt alle, ich hatte aber so eine, ich hatte einen Joker, ihr wisst ja ganz, ganz genau, ich hatte, um das in Yu-Gi-Oh! sprecht zu sagen, ich hatte eine Fallenkarte die ganze Zeit. Und die hat sich sehr, sehr häufig aktiviert, sag ich mal. Denn jedes Mal, wenn ein neues Familienmitglied dabei war oder dazukam, habe ich gesagt, hey, ich würde dich jetzt super gerne umarmen, aber ich komme gerade aus dem Risikogebiet. So, da habe ich mit Körperkontakt gesprochen. Und die anderen haben sich alle umarmt? Ja, wenige, wenige, auch sehr, sehr wenige, aber das war im Prinzip mein Icebreaker, sag ich mal. Wie ist denn die sogenannte Beileidsbekundung? Wurde euch das Beileid oder muss man, also, oder sagt man jedem einfach heute? Nee, wir haben uns gegenseitig gesagt, boah, ist das traurig. So, ist halt hart, ne, die Oma Bambi, oh, 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 genau. Genau. Und dann irgendwann habe ich meinen, 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 AfD-Onkel getroffen. Der hat dann, der hat mich dann sofort angegrinst, weil der schon so ein bisschen. Angegrinst? Habt ihr so ein, wirklich so ein, so ein weirdes Verhältnis? Ja, ja, das ist ganz, ganz weird. Aber ihr redet auch nicht richtig miteinander. Das ist so ein, ach, doch, wir reden, wir reden viel miteinander. Das ist ja mittlerweile so eine, der ist genau so ein herausforderndes Arschloch wie ich in jeder, in jeder Situation. Und findet es halt immer witzig, mich zu triggern. Aber ist er klug? Würdest du sagen, er hat eine kluge Rhetorik? Oder kannst du das irgendwie, kannst du damit mit umgehen, indem du ihn irgendwie, ja, rhetorisch schlagen kannst und so? Ja, 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 das ist okay. Aber er ist trotzdem witzig. Dann, auf jeden Fall, haben wir uns dann getroffen und so weiter und so fort. Es war alles super awkward. Man ist dann so ganz langsam an den Leuten vorbeigegangen und dann da hoch zu dieser Kapelle. Und dann ist da dieser Sarg und so wirklich sehr, sehr traurig. Und während alle so dahingestarrt haben und alle so drüber nachgedacht haben, alle sehr emotional waren, immer wieder angefangen haben, Leute zu weinen und sowas, stand ich halt da und dachte erst mal so, okay, ist echt traurig. Und nach zwei Minuten dachte ich mir so, boah, das ist doch mal gut mit der Traurigkeit. Und dann irgendwann habe ich das so ein bisschen akzeptiert für mich und habe mir die ganze Zeit, saß da und dachte die ganze Zeit, boah, das sieht ja aus wie in dem Videospiel Elder Scrolls 4 Skull Oblivion. Krass. Und dann habe ich so hochgeguckt und dachte so, boah, wenn ich das jetzt malen würde, das würde echt schön aussehen. Und gucke dann so zum Sarg und denke mir so, boah, da liegen jetzt überall Blumen drauf. Was ist das denn für ein komischer Ritus? Warum überhaupt Blumen? Was bedeuten Blumen? Warum schenkt man überhaupt Blumen? Ist euch mal aufgefallen, dass eine Leiche gerade in diesem Kasten liegt, da liegt ein toter Mensch in dem Kasten und der wird jetzt weggetragen und mit Dreck überhäuft, mit Dreck, mit Schmutz, mit Schmutz. Das ist genau das Gegenteil. Und dann stehen wir genau kurz davor und werfen noch so Rosen ins Grab. Ich denke mir so, warum werfe ich denn jetzt noch Rosen ins Grab? Und dann alle, boah, das war Wahnsinn. Pass auf, alle nacheinander gehen dahin an dieses Grab, als der Sarg eingelassen wurde und werfen diese Rosen rein und ich habe ganz, ganz genau taxiert und beobachtet, wie die Leute das gemacht haben. Damit du es dann nicht falsch machst, was man so machen muss nacheinander und so. Genau, damit es nicht falsch macht, es war so ein unmenschlicher Druck. Also erstmal musstest du da vorstehen und runtergucken. Genau, erstmal so die Arme, die Hände so zusammenfalten, dann so runtergucken, bedeutungsvoll irgendwas denken, dass man merkt, dass da gerade was in dir arbeitet. In meinem Kopf hat immer nur gerattert, das ist traurig, 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 das ist traurig. Und dann, und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt, du hast ganz, ganz genau beobachtet, wie es geht. Kleiner Knicks mit den Knien machen, nach vorne lehnen, Rose reinfallen lassen, hochgehen. Und nochmal kurz warten, nochmal angucken. Nee, 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 so fast so tun, als ob du dich jetzt umdrehst und dann nochmal runtergucken und dann weggehen. Gesellschaftlicher Druck, sogar auf der Beerdigung. Ich hatte wirklich, ich habe mich wirklich, ich habe mich perfekt unter den Menschen, sage ich mal, getarnt, als völlig sozial inkompatibler Mensch. Als normaler Mensch. Dein normaler Mensch, ich habe wirklich... Ey, manchmal denke ich auch so, ich bin der einzige Außerirdische, der einfach die Challenge hat, dass es nicht auffällt, dass man abnormal ist. Wisst ihr, was ich meine? Man denkt, man sitzt irgendwo zwischen Menschen und ist einfach der Abnormale. Und genau das, was du gerade, ich habe zum Glück noch nicht viele Beerdigungen mitmachen müssen, aber ich erinnere mich so daran, dass man den Eindruck hat, alle um mich rum machen das gerade richtig und trauern und sind in den Gedanken. Dann erzählt ja auch Pfarrer, Pastorin, wer auch immer, irgendeine Geschichte und so. Dann wird ja immer gesagt, ach, die Oma Bambi hat doch ein tolles Leben und wir sind doch aber, ne? Und Abschied und jetzt geht sie in das Reich Gottes, tralala. Und, ähm... Ey, das war so witzig, der hat so versucht, der hat so versucht, das zu argumentieren, ne? Der hat so gesagt, der hat versucht, mit Gott zu argumentieren. Und dann sagt er die ganze Zeit, ja, ist echt, also, mal durch die, jetzt mal auf Deutsch gesagt, ja, ist echt scheiße, dass sie gestorben ist, ja, sie ist gestorben, ja, sie ist tot, aber, Leute, glaubt an Gott, der hilft euch. Und das war seine Argumentationsweise. Der hat das so richtig versucht zu überzeugen, auch währenddessen, ne? Natürlich so blumig gesprochen und sowas, ne? Wie man das halt so macht, mit so richtig alten Wörtern, wie halt irgendwie der Bibel wahrscheinlich genauso steht. Und wirklich, ich dachte mir wirklich so, ey, das ist die schlechteste Argumentation, die ich jemals gehört hab. Du drückst mir gerade noch mal fünfmal unter die Nase, dass diese Frau jetzt tot ist, die arme Oma Bambi, und sagst, ja, aber glaub an Gott, dann wird wieder alles gut. Und ich denk mir so, hä? Da kann ich mir auch Rama Creme Fien holen, das ist ein viel besserer Trade-off. Ganz offen. Und das eigentlich ganz easy über den Penny Lieferservice mit unserer App. Oh Gott. Gutschein-Code, ne? In der Beschreibung. Ja, aber ich find das so kurios, weil es ist ja nicht nur bei einer Beerdigung. Bei einer Beerdigung ist es, finde ich, das perfekte Beispiel, weil man ja sich da trifft, um Abschied zu nehmen, um zu trauern, um den letzten Gang zu machen und so weiter. Das hat alles so einen hohen Anspruch. Und ich selbst fühle mich in so Situationen wie ein Fremdkörper. Auch wenn ich Bezug zu der Person, ich geh ja nicht zu Beerdigungen mit Leuten, also zum Glück nur mit wenigen und die kannte ich dann in der Regel auch sehr gut, nahe Verwandte oder sowas halt, ne? Aber trotzdem habe ich den Eindruck, ich persönlich habe eigentlich an einem Punkt vorher schon Abschied genommen. Oder aber dieser Abschied-Prozess dauert noch, diese Trauer vielleicht. Also mir gibt dieses, ich sag mal, diese Veranstaltung so wenig. Ich weiß, dass das viele Leute wichtig finden und das macht ja irgendwie auch einen Schlussstrich und das ist ja auch vielleicht als Ritual irgendwie schön, weil man dann nochmal zusammenkommt als Familie, whatever, so. Aber während das alles stattfindet, ich habe mich total damit identifiziert, gerade als du gesagt hast, man guckt dann so rum und man denkt und man ist oft dann auch, also man, auch dieses, ne, ich bin jetzt traurig, ich bin jetzt traurig. Ich rede mir regelrecht ein, wie ich mich gerade zu fühlen habe, weil ich mich vielleicht gar nicht so fühle, weil ich vielleicht auch gar nichts richtig oder alles mögliche fühle, rede ich mir dann Sachen ein. Und es ist nicht so, dass ich dann, dass ich ablehnend bin auf irgendwas, was da gesagt wird. Manche Sachen, die gesagt werden oder Musik oder so, wenn man dann genau auf den Text hört und so, ist ja manchmal auch schon wirklich emotional und kann einen auch berühren. Aber trotzdem habe ich den Eindruck, ich sitze dann einfach da und gucke viel um mich herum und denke auch über Sachen nach, aber selten über das, vermute ich, worüber andere nachdenken. Ich könnte mir aber auch hier wieder vorstellen, auch hier die These wieder zu letzter Woche oder vorletzter Woche oder wann das war, das ist auch wieder eine große Lüge. Weil ich denke, dass auch wir sind ja Teil dieses Kollektivs, die so aussehen, als würden sie gerade trauern und das alles korrekt machen. Vermutlich sitzen da einige, die gerade wirklich auch denken, was ist das hier mit, dann liegt jemand in dem Kasten drin und dann eine Blume und gleich müssen wir genau das machen und so. Es ist ja leider nun mal auch immer verbunden, auch wenn das im engen Kreis ist, mit einer Art gesellschaftlichem Druck. Du musst da ja sitzen und hast jetzt einfach das über dich ergehen zu lassen, dieses ganze Programm. Sitze da, sei still, in den richtigen Momenten die Hände falten und irgendwie nicken und gut mitsingen ist jetzt nicht so bei mir so der Fall, dass das irgendwie stattfindet, dass da irgendwie alle so singen oder irgendwie laut beten oder eine Rede halten musste ich da jetzt auch noch nie. Deswegen, man ist ja Teil dieser Masse, die einfach da sitzt und dann guckt, was jetzt genau passiert, auch mit dem Aufstehen und Hingehen und dann irgendwas draufwerfen und so. Deswegen, es spiegelt an sich wieder sehr unsere Rolle in der Gesellschaft wieder und unter anderen Menschen und das ist, finde ich, so die Krönung, weil es ja an sich was sehr Menschliches, aber so dieses, es verkörpert so sehr so dieses Endliche. Und eigentlich sind es so viele diepe Momente da, mit denen, glaube ich, die wenigsten Menschen umgehen können und es steht ja immer noch so, das, was du auch sagst, diese ganze Gottnummer und so und dieses, dieses große Fragezeichen, weil es liegt dann da vorne, man kommt, die große Attraktion, um in der Kirmessprache zu bleiben, ist dieser tote Mensch da vorne. Das ist das Verbindende, darum sind wir alle da. In der Mitte aufgestellt, wirklich, ja. Können wir da bedeutungsschweiniger Musik unterlegen gerade? Wie so eine große Attraktion, wie so ein, ne, als wäre jetzt hier Weihnachten und du kriegst ein Fahrrad und die ganze Familie versammelt sich ums Fahrrad, weil das jetzt hier das Highlight ist, nur, dass das Highlight etwas, etwas Totes ist. Und das wird einem vor Augen geführt, dass wir alle, die hier sitzen, ja nicht tot sind, sondern leben und aber auch nicht wissen, wie das dann ist, wenn wir vielleicht mal in so einem Kasten liegen. Danke, Adredu. Jetzt zieht das nicht ins Lächerliche hier. Ja doch, also Entschuldigung, können wir nicht weiter über, weiß ich nicht, Sex mit Toten reden oder sowas? Können wir nicht weiter über Ramacreme Fien einfach reden, das hat mir besser gefallen. Und dieser AfD-Onkel ist aber nicht der, der jetzt auch gestorben ist. Nein, aber der ist auch rechts. Oh was, ja. Das tut mir alles so, also ich weiß nicht, was mir da genau leid tut, aber das ist alles nicht schön. Ey, ich hab jetzt auch Familie, die glaubt an QAnon und sowas. Also Leute, jetzt bist du langsam wirklich lächerlich. Ne, der ist jetzt auch gestorben. Sehr, sehr traurig. Sehr, sehr traurig. Und weiß auch nicht, wie ich, ich find das irgendwie weird. Ich krieg das auch nur mit Humor gerade irgendwie so richtig verarbeitet, sag ich mal. Weil ich mir schon so denke, also für mich ist es sowieso, dadurch, dass ich sehr, sehr viel Abstand von dieser Familie hab, rein physisch, ist es für mich nicht so krass. Und es fühlt sich eher immer noch an wie, ja, ich hab die halt ewig nicht mehr gesehen, so, weil ich einfach keinen Bock hab. Und deshalb nicht dahin geh. So, so fühlt es sich an. Es fühlt sich nicht an, als ob ich die jetzt nie wieder sehen werde. Und ich hatte jetzt auch nicht das interessanteste Verhältnis zu diesen Menschen, dass ich sagen würde, oh, das fehlt mir jetzt richtig krass, ne. Das muss man alles so in Relation, find ich, sehen. Naja. Ja. Trotzdem weird, trotzdem weird, dass das alles gerade vor die Hunde geht. Weißt du, wovor ich Angst habe? Dass in meinem nahen Familienumfeld oder Freunde, ja, Freunde nicht, weil wenn Freunde scheiße werden, dann sind die keine Freunde mehr. Aber dass in meinem nahen Familienumfeld Leute vielleicht weirde Ansichten irgendwann mal haben. Weißt du? Ja, das ist nicht cool. Weil ich ja oft auch den Eindruck habe, dass sowas manchmal mit dem, ja, ich will nicht sagen mit dem Alter kommt. Aber es ist ja schon manchmal so, dass, ne, so dieses ewige Boomer-Meme und so, ne. Ähm, aktuell ist es so im nahen Familien, also da, wo ich's beobachte oder wo ich sehr intensiven Kontakt habe, zum Glück nicht so. Ganz im Gegenteil. Aber man hört halt immer wieder von Leuten aus dem Umfeld der Familie, also von Leuten, mit denen die vielleicht befreundet sind oder von entfernten Verwandten. Ach, das sind manchmal so Ansichten, da hab ich gar keinen Bock drauf. Also, ich will jetzt gar nicht so diese, die hier letzte Woche, diese Berlin-Demo oder irgendwie sowas so. Da kenn ich jetzt niemanden, der da mitgelaufen ist oder so. Ähm, aber es, wenn ich irgendwie höre, ja, der und der, der ist ja auch gegen die Masken und so. Da denk ich schon so, okay. Und dann, ähm, kommt halt, ja, und der, der ist ja auch, ne, findet das auch mit den Flüchtlingen. Und da denk ich auch so, okay, in die Richtung geht's jetzt also. Und, ähm, ich hab halt irgendwie, also, es wäre für mich, glaube ich, unfassbar anstrengend und auch irgendwie nichts, was ich mir geil vorstellen würde, wenn das in einem engen Familienkreis mit Leuten, die, die eigentlich nah sind und wichtig sind, irgendwann passiert. Weil, jetzt bin ich wieder egoistisch, ich habe keinen Bock, die zu bekehren. Ich habe keinen Bock, mich mit denen auseinanderzusetzen. Ich weiß, das sollte man eigentlich tun bei Menschen, die einem wertvoll sind, aber ich bin ja auch zu dumm. Ich will ja auch gar nicht, also, ich lese mir immer so kluge Argumente durch und höre mir irgendwelche Debatten an und so, aber ich kann das alles so nicht wiedergeben. Weißt du, was ich meine? Ich will denen nicht sagen, ja, pass auf, das, was du aber sagst, ist nicht korrekt, weil das und das und das, weil dafür muss ich mich ja selber so sehr mit dem Thema beschäftigen. Und das habe ich, das will ich eigentlich nicht, das kann ich eigentlich nicht. Weißt du, es gibt so viele Leute, die einfach wieder, die, das ist ja gerade dieses Thema mit den, ne, alternative Fakten und so Bullshit. Und es sind ja auch teilweise wirklich Themen, über die man diskutieren kann, aber viele Leute verfangen sich dann halt einfach in einem Bild, in einem Hass gegen ein gewisses Feindbild oder sei das Feindbild, seien es Flüchtlinge oder eben aktuell ist es gefühlt ja einfach die Regierung, die ein großes Feindbild ist und sowas. Und da verfangen sich so viele Leute und ich habe auch nicht den Eindruck, dass es was bringen würde, dann zu sagen, ja, aber pass doch auf, das kann doch gar nicht sein, weil das und das und so. Denn diese Leute sind ja so nah manchmal an der Verschwörungstheorie und an diesem Bild und lassen sich gar nicht, also, ne, jedes Argument, das du bringst, wird ja wieder mit, ja, aber das, ne, du bist ja, ne, informier dich doch mal und so. Und ich habe keinen Bock wie ein Oberlehrer, oh, jetzt kommt der tolle Junge aus der Stadt, der, wo die, wo die sowieso, ja, ihr braucht ja kein Auto, wir brauchen aber den Dieseldampfer und so weiter. Ja, das ist nochmal ein anderes Thema, aber ich will da nicht wie der Gelehrte kommen, der hochnäsig sagt, ja, aber das ist ja alles nicht so und du bist ja gerade irgendwie ein bisschen dumm. Und dann denke ich mir einfach, laber deine Scheiße, ich will mit dir nichts zu tun haben. Geht noch, wenn die Leute einfach entfernt sind, aber stell dir vor, in zehn Jahren sind deine Eltern rechts. So, die würden ja niemals, also meine Eltern würden niemals rechts sein oder sagen, sie sind rechts, aber manchmal gibt es ja so einzelne Gedanken, wo man irgendwie denkt so, das finde ich nicht cool. Ja, klar, also natürlich, da gibt es super viel Alltagsrassismus. Ich finde, also ich finde, ich finde da, als du gerade gesagt hast, okay, da gibt es einige Themen, die sind diskutierbar, finde ich nicht. Ich finde, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die sind, die werden diskutiert und das völlig zu Unrecht. Es gibt so, es gibt ja so Tatsachen, es gibt ja einfach Tatsachen. Es gibt die Tatsache, es gibt den Coronavirus, das Coronavirus. Genau, das meine ich auch gar nicht, aber du kannst natürlich darüber diskutieren. Nee, du kannst auch nicht darüber diskutieren, finde ich, ob Geflüchtete gerettet werden. Das ist ja unserem aktuellen Moralverständnis nach. In der westlichen Welt solltest du ja auch einfach davon ausgehen, zu sagen, okay, es gibt Menschenleben zu retten, also let's go. Das muss gerettet werden. Wenn wir die Möglichkeiten dazu haben, sollten wir tun. Worüber man diskutieren kann, um mal jetzt ein Beispiel zu nennen, ist natürlich die Tatsache, dass man durchaus demonstrieren kann, wenn Grundrechte massiv eingeschränkt werden, wenn Leute persönlich betroffen sind. Das sind einzelne Schicksale, das sind Menschen, die haben Angst, die haben Geld verloren aufgrund von Regeln und so. Das sind Themen, da kann man darüber diskutieren. Aber ich glaube, man sollte darüber nicht diskutieren, wenn man mit Nazis und mit irgendwelchen Reichskriegsflaggen und so weiter, wenn man die schwenkt, dann ist man da, glaube ich, an dem Punkt falsch. Aber natürlich verstehe ich, dass es Menschen gibt und dass es ja auch in Ordnung ist, dass man dafür oder dagegen eben demonstrieren kann. Das ist ja auch wieder der Beleg. Das ist ja das Kuriose, dass wir sehr wohl in einer Demokratie leben, dass es theoretisch möglich ist und auch praktisch möglich ist, das zu tun. Deswegen ist es ja immer das Kuriose, wenn Leute, ich finde es immer so weird, wenn Leute auf einer Demo immer irgendwas von einer Diktatur erzählen und von einem Propagandafunk und so weiter und das alles so eins zu eins halt ja übertragen wird dann auch in diesem sogenannten Propagandafunk. Das ist das Kuriose, aber teilweise gibt es da schon Punkte. Das Ding ist halt nur, es wird halt so sehr vermischt mit Sachen, die indiskutabel sind. Das ist, glaube ich, das, was du meinst. Und das sind meistens die lauten Sachen, die am Ende irgendwie hängenbleiben. Und da tut mir ja jeder leid, der irgendwelche Sorgen hat, weil das ja so untergeht in diesem Quatschgelaber, weißt du? Ich mittlerweile, ich weiß, was du meinst, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Leute, die echte Sorgen haben, die so sagen, okay, ich habe meinen Job verloren und jetzt lebe ich von Arbeitslosengeld und bin vielleicht in der Veranstaltungsbranche oder sowas. Und finde das richtig doof, dass die Leute eine echte Minderheit sind, besonders wenn man jetzt auf Berlin schaut oder sowas. Das weiß ich nicht. Ich glaube, die anderen sind einfach sehr, sehr laut. Klar, kann sein. Das ist natürlich auch schwierig, wie man sowas überprüfen soll. Wie willst du sowas, willst du eine repräsentative Umfrage unter den Demonstranten machen? Im Zweifel würden natürlich auch die Leute, die da mit der rot-weiß-schwarzen Flagge wehen, auch sagen, oh, ich möchte auch meinen Job wieder haben und so. Weißt du, es vermischt sich so sehr. Ich habe nur ein Problem damit, mittlerweile Nazis Zugeständnisse zu machen. Also dieses, ja, der Bus kommt immer so spät auf dem Land und sowas. Und deshalb sind die jetzt Nazis geworden. Diese ganzen Zugeständnisse, die sind ja auch besorgt und die verlieren ihren Job und den rechten Verlieben. Moment, der Bus kommt spät auf dem Land und deswegen wird man zum Nazi. Ey, ganz offen, wie oft hört man das? Ja, der ganze Osten ist voller Nazis, ja, weil der so strukturschwach ist. Da kommt ja der Bus so spät. Ne, also wie oft hat man das schon gehört? Das habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Das ist wirklich crazy. Also wenn ich mir, wenn du dir so vor zwei Jahren oder so noch diese Diskussionslage anschaust, da wurde noch so oft gesagt, okay, man muss mit den Leuten, man muss die Leute verstehen. Davor hieß es, okay, die haben Probleme, wir müssen mit denen reden. Dann war es irgendwie, man muss es die nur verstehen. Und Gott sei Dank, jetzt endlich zeigen die Leute endlich mal klare Kante dagegen und sagen, nope, das ist scheiße. Weil das einfach so, immer diese Zugeständnisse zu machen, irgendwelche Nazis, weil sie irgendwie strukturschwach sind oder ein ungebildetes Elternhaus haben und so weiter und so fort. Und deshalb jetzt menschenverachtendes Gedankengut haben, ja, mag sein, ist cool so, macht es verständlich, aber macht es keinen Meter besser. Also ich finde, man sollte einfach trotzdem hart gegen Nazis vorgehen und lieben Gruß dalassen an dieser Stelle, mit Kusshand hart gegen vorgehen. Und dann bin ich sehr, sehr happy ab diesem Moment. Aber weißt du nicht, was ich meine mit diesen Zugeständnissen? Ich weiß, was du meinst. Der besorgte Bürger, der ist besorgt, weil der hat Angst vor neuen Leuten und der hat Angst davor, dass er seinen Wohlstand verliert. Das ist die untere Mittelschicht, die Angst hat, in die Unterschicht reinzusliden und deshalb werden die jetzt zu Nazis. Und das denke ich mir so, boah, Leute, ey, das sind einfach, einfach Entnazifizierung, einfach hat nicht funktioniert. Es gibt immer auch grassierender Rassismus in der Gesellschaft. Das ist der Grund dafür. Liebe Grüße, das sind einfach Arschlöcher. Können wir die nicht einfach kollektiv aus der Gesellschaft ausschließen? Danke, LGG. Ja, dann wirst du selber zum Nazi natürlich. Aber klar, es ist halt einfach, es ist ein sehr komplexes Thema. Auch die Tatsache, ja, ich denke, wir sind sehr qualifiziert darin, dieses Problem hier zu lösen und final in so einem 5-Minuten-Podcast-Talk zwischen Crème Fien und Beerdigung zu klären. Stimmt, wir sind jetzt, Leute, wie die Zeit vergeht, wir haben noch nichts Lustiges gesagt heute. Das ist einfach wieder der Podcast, den ihr lieben tut, glaube ich. Ich habe noch, und jetzt der Bruch wird safe jetzt krass vom Thema Nazi und so, aber ich, auch ich drohe vielleicht meinen Job zu verlieren. Meine journalistische Integrität, denn ich bin ja ein sogenannter Journalist im Rahmen des sogenannten Sommerhaus der Stars. Nein, ernsthaft? Bist du wirklich Journalist? Nee, ist das ein geschützter Begriff? Nein. Nein, 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 nein. Dann bin ich Journalist. Dann würde ich mir gerne so einen Presseausweis einfach auch holen. Geht ja jetzt los am Mittwoch, das sogenannte Sommerhaus der Stars mit dem Gutscheincode Sommerhaus17. Könnt ihr das auch gucken am Mittwoch. Und ich bin ja wieder beim sogenannten Sommerhaus-Podcast. Habe mich wieder reingesneakt und habe jetzt einige sogenannte Interviews ja auch geführt mit den sogenannten Teilnehmenden. Super-Promis. Mit den Super-Promis. Und das war auch, eigentlich habe ich eben mich sehr bei dieser Beerdigungsbeschreibung von dir identifiziert, mit diesem Tag, als ich diese Interviews geführt habe, weil ich mich ähnlich fehl am Platz gefühlt habe. In dem Moment lag da gar nicht, also der Brocken, der da vorne lag, war noch ein bisschen lebendig. Bei Georgina zum Beispiel war jetzt nicht der gänzliche Tod, der da in Person auf mich zukam. Aber an sich war ich ein... Hast du dir das auch so gesagt? Du bist nicht der gänzliche Tod, der da auf mich zukommt. Georgina. Das Ding ist, ich habe mich an diesem, das hat alles an einem Tag stattgefunden und ich habe mich an diesem ganzen Tag eigentlich relativ, wie das sogenannte fünfte Rad am Wagen gefühlt. Kennst du das, wenn du irgendwo in eine Situation, auf eine Situation triffst und irgendwo hinzustößt und um dich rum alle ihre Rolle haben und alle eingespielt sind und du wieder dann ähnlich wie bei der Beerdigung vorher einfach rumstehst und auf deinen Einsatz wartest und darauf, dass du irgendwas machst. Das ist mein Leben. Mein fucking Leben. Ist ein schönes Beispiel, auch für das Leben, finde ich auch nicht verkehrt. Deswegen bin ich auch immer so gerne, also wieder runtergebrochen auf irgendwelche Veranstaltungen oder so. Wenn du irgendwo auf dem Gebi von Sebi eingeladen bist, dann bin ich auch ganz gerne früh dabei, weil dann bin ich Teil, weißt du, dann bist du raus aus der Nummer. Und dann kannst du zusehen, wie die ganzen anderen hinzustoßen und Probleme haben. Oder man kommt so spät, dass alle besoffen sind und dass es egal ist. Aber dieses, oh, jetzt hat hier schon die Party angefangen, das ist natürlich schwierig. Als ich also in dieses Set, also an dem Tag wurde ganz viel anderes noch gemacht, eben mit den ganzen Paaren, ne, dieser ganze Vorspann wurde gedreht, Pressefotos, andere Interviews und so weiter. Also die hatten jeder quasi so einen durchgetakteten Marathon. Und ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ja, aber bei mir ist ja, also ich bin ja so die langweiligste, ich bin ja die unseriöseste Person, die jetzt hier am Ende irgendwie noch irgendwelche Podcast-Kacke macht. Und dann gibt's halt in diesem Studio, da ist da ja so ein riesiges Studio und dann ist da so ein Set aufgebaut und jeder hat sowas zu tun, weißt du. Natürlich alle mit Masken und so weiter, der Regisseur hier, Kamera und Licht und die Schminke-Mädels und dann irgendwelche Komparsen und so weiter. Und dann komme ich da so rein, viel zu spät natürlich wieder, beziehungsweise irgendwie war der ganze Zeitplan anders und habe die ganze Zeit mich so fehl am Platz gefühlt, weil ich ja da in dem Moment, also in dem Studio selbst hatte ich auch jetzt nichts zu tun, aber ich stand dann halt die ganze Zeit irgendwie rum. Und ich habe ja auch immer ein Problem mit diesem Rumstehen, darüber haben wir auch schon geredet, wenn man sich beobachtet fühlt und wenn man nicht irgendwo sitzt oder irgendwas macht und man steht dann da so. Und dann war ich auf einmal viel zu spät in diesen ganzen Interviews und so und ich habe auch irgendwie den Eindruck gehabt, dass das alles so komische Leute sind. Also die waren alle irgendwie nett und so, aber das ist halt irgendwie so weird bei so einem Format, weißt du. Es ist halt, ja, es ist Trash-TV und es ist sicherlich nicht, man redet ja nicht über irgendwelche Sachen, die die Welt beschäftigen. Das ist ja auch, wie man in diesem Podcast merkt, nicht meine Stärke. Aber mit einer Ernsthaftigkeit über so Personen zu reden und denen gegenüber zu sitzen und dann die Person eigentlich kennenlernen zu wollen und dann aber immer wieder in dem gleichen, also was mich abgefuckt hat, ist, dass alle die gleiche, alle labern dir die gleiche Scheiße ans Ohr, wenn es zum Beispiel dieses ganze Thema ja Taktik und so. Ich versuche dann ein bisschen irgendwie rauszukitzeln, dass man so ein bisschen die so charakterisieren kann und zu unterscheiden kann, weil jeder einfach nur sagt, ja und also wir sind authentisch und wir wollen einfach zeigen, was wir können. Wenn man fragt, warum macht ihr hier mit und so, du kriegst ja nie irgendwie gesagt, ja mein Gott, weil ich Kohle brauche und weil ich gerne bei den Influencern immer denke ich immer so, ja warum sagt ihr denn nicht, dass ihr davon profitieren könnt im Follower-Bereich und so. Also es führt alles so zu nichts und dieses ganze Thema Taktik, das ist sicherlich nochmal ein Thema für einen anderen Podcast, aber ich habe den Eindruck, dass Taktik im deutschen Fernsehen, im deutschen Reality-TV wird Taktik abgestraft. Der Zuschauer will niemanden taktieren sehen, das fuckt mich ab. Ich hasse manchmal die deutschen Zuschauer dafür, dass die so engstirnig sind, dass sie die ganze Zeit langweilige Entscheidungen treffen, da wo sie selber Gewinner küren können und so. Dass irgendjemand, der einfach gut, eine gute Taktik spielt und das Spiel gut spielt, dass der abgestraft wird und dementsprechend sagt das auch niemand in einem Interview. Und irgendwie waren die alle und dann am Ende noch Georgina, die kam ja noch alleine und so, das war ja alles so weird, da ist ja dann ihr Freund noch abgehauen und so. Also ich habe am Ende dieses Tages, habe ich wirklich gedacht, ich bin reif für die Psychiatrie. Das ist einfach dieses ganze Trash-TV. Ich weiß nicht, ob mir das so gut tut, je tiefer ich da einsteige, desto mehr denke ich einfach, Leute, worüber reden wir hier eigentlich gerade? Was geht denn hier gerade ab? Das ist gerade wichtig und war auch so nach Promi Big Brother und so mein Eindruck, also am liebsten würde ich eigentlich meinen Account dicht machen, weißt du, weil ich manchmal so das Gefühl habe. Okay, du hast eine richtig existenzielle Krise. Wollen wir mal ganz kurz drüber reden? Ich bin in der Krise angekommen. Nee, aber ja, also diese Twitter-Nummer, boah, das ist wirklich, das hat mich wirklich sehr abgefuckt, weil, sagen wir mal ehrlich, es geht ja auch, es ist ja jetzt auch nicht so Wachstum bei Twitter, ne? Sagen wir mal so, egal wie aktiv ich da bin, ich habe das jetzt auch akzeptiert, ich mache das auch nicht, damit irgendwie die Follower riesig wachsen oder sowas, aber da tut sich ja auch nichts. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, in diesem Jahr habe ich so und so viel Tausend hinzugewonnen, weil ich sehr aktiv war, sondern irgendwie das dümpelt so vor sich hin, das ist auch in Ordnung und auch die Interaktionen, die sind eigentlich ganz gut, die werden auch ehrlicherweise nicht schlechter, sondern die sind auf einem Niveau. Aber es hat natürlich schon sich so ein bisschen auch der Zeitgeist und die, ja, wie sagt man das, so die ethische Einstellung zu solchen Formaten manchmal geändert. So Formate haben sich ja teilweise auch geändert, ne? Also sowas wie Schwiegertochter gesucht gibt es nicht mehr so wie früher, sondern gibt es wieder, ist zurückgekommen und ist ein komplett anderes Format. Das führt gar keine Menschen mehr vor, deswegen gucke ich das nicht mehr. Ist ja voll langweilig, wenn da gar nicht mehr Leute irgendwie am Rande der geistigen Behinderung vorgeführt werden, sondern einfach nur noch, dass eine Kuppelsendung ist, wo gefühlt Normale sind. Ja, Basti, du kannst dazu jetzt viel, ich merke schon, du kannst dazu wieder nichts sagen, weil du einfach bei Twitter, du hast doch auch aufgegeben, bei Twitter irgendwas zu machen. Bist du überhaupt noch aktiv da? Du hast deine Streams aufgegeben, du retweetest irgendwie einmal die Woche Gerd Postel, das war's. Aber ist dieses Trash-TV-Game, ist dieses, ich schreibe hier, ich in der Klausur, ja, das finden die 100 Leute witzig, die das seit 5 Jahren witzig finden, aber ist das noch ein Thing, dass man Sachen rausklippt oder sollte man einfach auch mal auf Account löschen irgendwann drücken? Ich bin dafür, dass wir all unsere Social-Media-Accounts endlich mal löschen, nein, ich weiß auch nicht. Ich bin so, ich bin aktuell, ich hab nicht mehr das starke Bedürfnis dazu, mich so krass darzustellen, sag ich mal, und ich interessiere mich auch aktuell nur für Politik, hab ich das Gefühl, und fühle mich viel zu inkompetent, um da im Diskurs misshalten zu können. Ja, verstehe ich. Auf Twitter. Man saugt einfach alles auf, man hört sich viel an und denkt manchmal so, ah, hm, genau, oder retweetet mal irgendwas, aber verstehe ich vollkommen, so dieses selber äußern, es ist halt ja auch so viel Arbeit, weil um das wirklich gut zu machen und sauber zu machen, musst du ja da auch Zeit reinstecken, musst du überlegen, wie formuliert man was und so, dann denkt man am Ende, ja, für wen? So, ich halte ja hier keine Rede oder was, ne? Und selbst wenn du irgendwie mal was sagst, kriegst du den Gegenwind, das ist ja auch in Ordnung, dafür ist ja Social-Media auch da, aber wie du auch sagst, es verlangt zu viel, also das ist ja ein Full-Time-Job, sich einfach politisch zu äußern, würde ich fast sagen, mittlerweile. Ja, es ist so krass und du musst so viel auf dem Schirm haben und ich finde auch, manche Sachen sind einfach so quatschig, also das könnte ich gar nicht mit mir selbst vereinbaren, wenn dann so Leute irgendwelche hanebüchenden Vergleiche machen oder sowas, ne? Es gibt natürlich so Themen, die sind super dankbar, aber da ist man dann sich auch zu stolz, um dann zu sagen, boah, jetzt springe ich auch auf den Zug auf, wie zum Beispiel dieses Hashtag Nudes gegen rechts, ne? Da twitter ich kein Wort zu, weil es mir einfach zu langweilig ist. Ach, das war einfach so ein Hashtag Nudes gegen rechts, das war, keine Ahnung, Links-Liberalo-Bubble, ist mal wieder völlig eskaliert, da sind wir auch Teil von, aber da gab's dann... Was war die Idee? Die haben Nudes gepostet, Nacktbilder, um gegen rechts zu sein. Aber eigene oder was? Ja, genau, eigene. Hä? Ja, same. Oder auch sowas wie Berlin, diese ganze Demo, ne? Das ist ein sehr, sehr ergiebiges Thema, aber ich wüsste nicht, was ich da jetzt hinzufügen sollte, was irgendwas bringt. Und was ich dann auch am schlimmsten finde, ist immer wieder diese Analyse-Threads, weißt du? Okay, das Interview von dem und dem... Alter, ich kann Threads bei Twitter nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr sehen, wie Leute sich selbst darstellen und einfach denken, sie haben jetzt hier eine Kommentarspalte in der Zeitung. Klar, es funktioniert. Die gehen ja oft richtig steil, ne? Dass das wirklich massig geretweetet wird. Ich lege die manchmal auch durch, aber ich denke auch so, es ist so eine... Man baut sich mit so einem langen Thread einfach auch ein kleines Türmchen. Je länger der Thread und dann stehe ich da und dann finde ich das geil, wenn das gelesen wird und so. Ich weiß nicht, ich kann da... Also ich könnte niemals kompetent genug sein, um dort irgendetwas Interessantes, Kluges dazu zu sagen. Und ich habe das Gefühl, ich müsste für einen Tweet erstmal zwei Stunden lang recherchieren, um da überhaupt was Kompetentes hinzubringen. Und dann recherchiere ich zwei Stunden und jeder kennt es, wenn er zwei Stunden recherchiert oder sie, wenn sie zwei Stunden recherchiert... Okay. Dann ändert man ja auch immer seine Meinung. Das ist ja wirklich, wenn du beim Recherchieren nicht dreimal deine Meinung änderst, dann hast du nicht richtig recherchiert. So, das ist wirklich... Es ist so absurd. Und dann investierst du deine ganze Zeit da rein und dann änderst du deine Meinung und denkst dir so, boah, das ist mir auch ein bisschen zu tendenziell rechts und dann post ich es doch nicht. Das sind First-World-Problems. Ey, ja, Mann, aber es packt mich auch einfach ab. Man merkt schon wieder, wir sind wirklich einfach wieder in einer persönlichen Krise und ich denk die ganze Zeit, wieso bin ich nicht einfach dumm? Wieso bin ich nicht einfach viel, viel, viel dümmer, als ich sowieso schon bin? Und unerfolgreicher. Aber ich würde selber sagen, niemand sagt ja gerne, dass er dumm ist und alle sagen ja immer so, die dummen Leute da drüben und so. Aber ich habe den Eindruck, dieses ewige Akademiker-Blabla, diese ganze wissenschaftliche Scheiße, die einem da erzählt wird und diese ganze Zeit auf dem Gymnasium, wo einem irgendein Bums erzählt wird, das hat mich alles zu einem Menschen gemacht, der leider nicht dumm genug ist, als dass er viel fröhlicher durchs Leben gehen könnte. Ach, das ist doch auch Quatsch. Ich wäre gerne einfach dumm. Wieso kann man nicht einfach so ein bisschen... Ja, aber die Leute, du machst dir ja dann um andere Sachen Gedanken. Ja, aber um was denn? Ich will ja nicht komplett voll Idioten. Dann ist es halt nicht der Rechtsruck, sondern für dich ist es dann der Linksruck so auf einmal. Nein, 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 nein. Ich setze doch jetzt, ohne dass man das politisch irgendwie wertet. Ich wäre, glaube ich, einfach gerne so dumm, dass ich einen normalen Job hätte, ungefähr so viel verdienen würde, was ja dann auch geht, wenn man dumm ist. Man muss ja nicht, man muss ja nicht immer. Es gibt ja auch andere Jobs, die ganz okay sind. Und dann würde ich gerne einfach... Bankkaufmann oder Frau? Ich glaube, ich wäre gerne einfach so dumm, dass mich diese Briefwahlunterlagen, die jetzt hier seit zwei Wochen auf meinem Tisch liegen, dass die mich erstens gar nicht erreicht hätten und dass mich das überhaupt nicht beschäftigen würde. Ich beschäftige mich nach wie vor damit, wen ich bei dieser scheiß Kommunalwahl in NRW wählen soll, weil ich das schwierig finde, da eine Entscheidung zu treffen. Und ich hätte gerne diesen Grad Dummheit, dass ich einfach gar nicht wahrnehmen würde, dass es eine Wahl gibt und auch gar nicht wahrnehmen würde, was es für Unruhen und Ängste und whatever, weil ich mir selbst am nächsten bin. Und weil ich selber einfach denke, ja gut, ich habe jetzt hier Kurzarbeit gehabt und habe ein bisschen weniger Geld gehabt, aber jetzt geht es auch wieder. Diesen Grad Dummheit hätte ich gerne, dass einfach nur mein eigenes Leben, mein eigenes Umfeld, das ist ja nicht frei von Problemen, ganz im Gegenteil. Ich finde das absolut arrogant, was du gerade sagst, ja. Warum? Weil das voll arrogant und abgehoben ist. Wieso ist das abgehoben, wenn ich einfach sage, ich hätte, dann nenne es halt nicht dumm. Weil du grobe Menschen inszenierst als Menschen, die einfach so Höhlenmenschen sind, die so und nichts läuft im Kopf ab. Dann ist vielleicht der Begriff dumm nicht der richtige, man muss ja auch nicht dumm sein, vielleicht möchte ich auch einfach klug genug sein, um den Rest ausblenden zu können. Um den Rest als, ja ja, das passiert schon, da machen sich Leute Gedanken und die Welt passiert, aber ich, ja dumm ist vielleicht wirklich blöd, aber vielleicht sollte man auch einfach sagen, ja doch, das ist wirklich arrogant, jetzt merke ich es gerade. Vielleicht sollte man auch wirklich sagen, ich würde selbst gerne einfach den Fokus auf, ist vielleicht auch egoistisch, aber dann ist es halt so, den Fokus auf meinen eigenen Dunstkreis mehr legen. Aber eigentlich möchte ich es auch nicht, weil ich es nicht als klug empfinde, alles, was ein bisschen Arbeit macht und mit einer Meinungsbildung zu tun hat, die vielleicht nicht so sehr auf mein persönliches Leben direkt zurückzuschließen ist, das zu ignorieren, empfinde ich ja wiederum auch, also, nee, dann will ich doch, nee, dann passt es doch alles nicht. Irgendwie, deswegen ist es, wir sind gerade in einer Lebenskrise, kann das sein? Wir sind schon immer in einer Lebenskrise. Weißt du, ich hab das Gefühl, seit du Corona hattest, ne, und seitdem ich in diesem Vollzeitjob jetzt festhänge, ne, ist unser Leben wirklich absolut bergab gegangen. Seit wir die Diktatur hier haben in Deutschland. Richtig unglücklich. Weißt du warum? Weil die ins Wasser mischen die Medikamentenreste und so in das Trinkwasser und ich glaube, seit Ende August strahlen die auch und dann sprühen die auch oben wieder und so. Hier wurden auch wieder Masten, Sebastian Mastens aufgestellt und so. Ich glaube, wir sollten uns mal ein bisschen mit einer gewissen Telegram-Gruppe beschäftigen, weil ich glaube, dann finden wir auch Antworten auf all unsere Probleme. Das ist ja das Traurige. Sollen wir mal eine Telegram-Gruppe aufmachen, quer, nee, wir nennen das Diagonal-Nachgrübeln-187. Das ist ein guter Name, ja. Ja, doch, Diagonal-Grübeln-187, obwohl 187 ist vielleicht doch ein bisschen zu 1337. Ist das nicht unser Passwort bei WordPress? Ja, genau. Und das ist unser Telegram-Channel und dort, oh, da können wir dann, nein, viel besser, wir machen einen Telegram-Channel für irgendeinen Promi auf. Das wollte ich ja schon mal für Maddin Schneider machen. Dann so tun, als wäre das der echte. Ich wollte ja schon mal für Maddin Schneider, wollte ich ja mal so einen rechten Telegram-Channel aufmachen, in seinem Namen so rechte Verschwörungstheorien verbreiten. Weil er einfach ein B***er ist mit seinem riesigen Maulwerk. Was? Sag doch sowas nicht. Weil er einfach unseriös ist mit seinem riesigen Maulwerk. Und das, aber wir können das eigentlich auch für jemand anderen machen. Wer würde dir denn einfallen? Wen du so ehrlich abnehmen würdest, der ist jetzt richtig rechtsradikal. Und für den machen wir jetzt einen Telegram-Channel. Ich glaube, wenn ich das jetzt alles sagen würde, dann hätte ich massiv Probleme. Aber ich glaube da, also, es gibt schon einige, nee, ich kann das jetzt wirklich nicht sagen. Nimm doch einen von ProSiebenSat.1 oder sowas. Von ProSiebenSat.1. Wen gibt's denn bei ProSiebenSat.1? Du bist doch aktuell nur bei RTL verbandelt, oder? Ja, die sind aber alle, also, die ganze Joko-Klaas-Crowd, die kannst du alle nicht nehmen. Die ganzen, die ganzen, äh. Nein, ich hab's. J***er. Stimmt. J***er, auf jeden Fall. Der kämpft ja auch nach wie vor für sein Recht, 10 Kilo Schweinefleisch pro Tag zu essen. Ja. Der wäre ein perfekter Nazi. Ist das jetzt strafrechtlich relevant? Also, wie müsste man das jetzt formulieren? Nein, wir sind im Rahmen der Satire bewegen uns. Boah, Alter. Ja. Das ist alles Satire. Wir sagen die ganze Zeit, wir wollen uns nicht so deep damit beschäftigen und politisch und das ist ja so anstrengend. Am Ende sagen wir Leute, das ist ja einfach, ist satirisch betrachtet, isst er mit Doppel-S erstmal sehr viel Fleisch und mit einem S ist er vielleicht auch rechtsradikal. Nein, aber ich weiß, was du meinst. Es gibt einfach Leute, die strahlen schon mit ihrem ganzen Wesen. Ich meine, der ist ja auch, darf man Skinhead sagen, also er hat eine Glatze. Sagt Skinhead nicht einfach, ist das nicht ein Synonym für Glatze oder ist das auch schon politisch besetzt? Ja, 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 das darf man sagen, wenn man sich anwaltlich, einen Anwalt schreiben, boah, der ist richtig radikal da, ne? Der darf dieses Ding niemals hören, weil der ist wirklich so no shit. Der Typ ist einfach, der rastet ja auch immer so in den Kommentaren aus, ne? Oh, bei Facebook, aber auch bei netten Leuten, ne? Das hab ich schon gesehen, wie der einmal bei so einem Burger-Bild ausgerastet ist, weil eine geschrieben hat irgendwie, dass das Foto nicht so schön sei oder sowas, wirklich sehr, sehr hässlich war. Und dann hat er irgendwie in Caps-Vlog geschrieben, die soll sich doch verpissen und so ein Kram. Aber man muss natürlich nochmal betonen, shit ist nicht rechtsradikal, natürlich nicht. Es ist einfach, ich glaube, ich finde es einfach nur witzig, wenn man Leuten eine rechte Telegram-Gruppe unterjubelt. Ich glaube, *** war einfach völlig zufällig gewählt, der hätte auch *** kommen können oder *** oder sowas. Alles auf einem Niveau, auch Prominenzlevel auf einem Niveau. ***, ein toller Mann, auch wenn er mal ein Schnitze zu viel gegessen hat, ab und zu mal, aber trotzdem immer noch formschön, linienstark, ein absoluter Adonis. Also mir hat die Folge heute noch besser gefallen, als es um Margarine ging, sag ich ganz ehrlich. Wir sind heute irgendwo einfach falsch abgedriftet wieder mal. Aber trotzdem, schön, dass ihr heute dabei wart in dieser elendigen Folge Rundfunk 1-7. Vergesst nicht, wir haben ja, das haben wir noch gar nicht erwähnt, falls ihr uns bei Insta folgt, habt ihr es wahrscheinlich schon gesehen letzte Woche, es gibt jetzt endlich auch die Möglichkeit, Rundfunk 17 in die Bude zu hängen. Denn es gibt ein riesiges Wandposter, das sogenannte Live ist des Müllers Lust, das könnt ihr euch gestalterisch als sogenanntes Quote-Pick richtig fett in die Bude hängen. Das sieht richtig, richtig geil aus. Die ersten haben es auch schon bestellt. Gute Nachricht für alle, ab sofort gibt es noch bis Freitag 15% Rabatt. Shop.rundfunk17.de, einfach oben den Code aktivieren und dann kriegt ihr auf alles 15%. Es gibt auch noch ein paar andere kleine neue Sachen, es gibt noch so ein Crop-Shirt für Girls oder Boys, die gern bauchfrei rumlaufen, ist neu dabei. Oder Sticker gibt es jetzt auch, es gibt den Internetstar-Sticker und den, ich glaube, ich bin relativ reich, Sticker. Schaut mal vorbei, einige neue Sachen und 15%. Shop.rundfunk17.de. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, alle definitiv erstmal in der Woche Detox machen von diesem Podcast, weil, glaube ich, heute einige Sachen hier vorgefallen sind, die mir zu denken geben. Wie gesagt, ich wäre nach wie vor gerne dumm, aber ich glaube auch, dass man das nach dem Hören dieser Folge vielleicht schon im ersten Schritt erreichen könnte. Ja, wir sind dumm. Grundfunk17. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche.